Hallo und Willkommen auf unserem Kanal Europa-Urlauber Heute haben wir uns auf dem Weg nach Grenna gemacht Kurz vor Grenna haben wir noch einen kleinen Abstecher zu einem Wasserfall gemacht Leider haben wir vom Wasserfall so gut wie kein Videomaterial mehr Daher müssen wir mit Bildern arbeiten Der Wasserfall mit dem kleinen Bach fließt direkt in den großen Vetternsee Der Vetternsee, der zweitgrößte See in Schweden Grenna, die Stadt der Zuckerstangen Von Grenna selbst fehlt uns leider das komplette Videomaterial Daher können wir euch nur ein paar Bilder einklenden Wir waren zur Hochsaison hier unheimlich voll Um mit dem Auto fast keinen Parkplatz zu bekommen Nordwärts entlang am Vetternsee Hier sind wir auf dem Weg zur Kloster Ruine Alvastra Hier sind wir auf dem Weg zur Kloster Ruine Alvastra Unterwegs immer mal wieder Herrenhaus Ruinen Ein herrnloses Häuschen in der Nähe der Kloster Ruine Sieht allerdings sehr bewohnt aus Untertitelung des ZDF Die Kloster Ruine Alvastra ist in Oestergotland Die Kloster Ruine Alvastra ist in Oestergotland Die Ruine stand aus dem Jahr 1143 Schluss war ungefähr um 1529 und sehr lebt und sehr lebt Und in der Nähe der Gitter Sie denken hier rein Sie denken auf es als alle, was wir vertreten Sie machen mich meine Bestaste Und nichts Less Sie machen das ganze Welt besser Sie machen das ganze Welt besser Sie hat scheinbar in meinen Augen Sie sind sehr elektrik Bei allem alles, was ich mache Ich möchte hier mit dir machen Ich möchte hier mit dir Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Glanz von Alvastra lässt sich nur noch erahnen. Von den einstmächtigen Klostern am Ostufer des Vetternsees sind lediglich Ruinen erhalten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zum Abendessen nach Jönköpping Oder wie die Schweden auch sagen, Jönköpping. Jönköpping ist die größte Stadt am Vetternsee. Letzter Tag in Schweden. Jetzt wollten wir auch noch mal in einen Inchpark. Also, los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind in den Malila Elkpark, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Hier kann man zu Fuß komplett durchlaufen und die Tiere in Ruhe beobachten. Selbst füttern ist erlaubt. Wo kommt man einem Elk schon mal so nahe? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 An diesem Tag war es wahnsinnig heiß. Da braucht auch mal ein Elk eine Abkühlung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Woche Schweden ist schon vorbei, jetzt sind wir auf dem Rückweg nach Deutschland, über die Brücken und Dänemark. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Öresund Brücke wollten wir auch mal von der Seite aus sehen, nicht nur drüber fahren, wir kannten diese bisher noch nicht. Es gibt extra einen Aussichtspunkt für die Öresund Brücke. Das erste Mal über die Öresund Brücke fahren. Ein Erlebnis. Und ganz schön teuer. Von Maimel nach Kopenhagen. Brücke inklusive Tunnel im Schnelldurchlauf. B B I feel there's something that is I feel there's something that is I feel there's something that is Stopping me now And I try to forget All what I had But is my mind Really gonna cut you out I feel like no prayers I'm gonna help myself No Don't know if I should call you back You know it's getting dark inside my head I feel there's something that is Stopping me now I'm gonna help myself I'm gonna help myself Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nun sind wir schon in Dänemark. Jetzt kommt noch eben die große Beltbrücke und wir sind auf dem Festland. Das war es mit unserer Schwedenreise. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da und abonniert unseren Kanal. Schaut euch auch unsere anderen Videos an. Bis zu unserer nächsten größeren Reise, falls ihr wollt. Wir sehen uns. Tschau. Tschüss.